Tennos, ich habe hier jetzt für euch die neue Mili-Waffe Anku und ich muss sagen, ich bin begeistert. Denn es ist mal nicht wie die letzten 20 Mili-Waffen, einfach eine nur mit Schnittschaden, sondern das hier ist jetzt endlich mal eine mit Durchschlagsschaden, das heißt Anti-Crainier. Und sowas brauchen wir einfach. Von den Stats her 3,5 Durchschlag, 56, äh, sorry, 3,5 Schnitt, 56 Durchschlag, 10,5 Einschlag. Also ganz klar Anti-Crainier. Weiterhin 10% Status ist jetzt nicht wirklich viel, Crit-Chance mit 20% ist schon hoch, Crit-Multiplikator mit 2 ist auch okay und eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,1 ist einfach klasse. Ich möchte jetzt auch nicht lange drum herum reden, ich habe bereits erwähnt, das hier ist eine Anti-Crainier-Waffe und schauen wir uns jetzt einfach mal die Moddung an. Also, ich habe jetzt für euch einen normalen Bild vorbereitet, aber diesen Bild kann man auch ohne Probleme auf Crit abändern. Ich persönlich sehe da drin jetzt nur wenig Vorteile, weil eine Waffe, die mit einem Crit-Bild gerade mal 32% Crit-Chance hat, ich weiß einfach nicht. Auf jeden Fall, der Unterschied wird gleich nicht groß sein, das sind einfach nur 3 Mods, die ausgetauscht werden und kommen wir jetzt einfach erstmal zum normalen Bild. Da habe ich drin Raserei, Druckpunkt dürfte klar sein für Geschwindigkeit und Grundschaden und als nächstes bohrender Schlag, damit wir mehr Durchschlagsschaden haben. Wenn wir bohrender Schlag nicht reinmachen können oder nicht reinmachen wollen, würde ich euch empfehlen, macht hier den korrumpierten Mod rein mit mehr Grundschaden. Oder ihr macht einfach einen zusätzlichen Elementarmod rein. Weiterhin habe ich drin Grineer bestrafen, weil wir gehen ja auf Korrosion und Durchschlagsschaden, da wirkt sich das schon ganz nett drauf aus und da diese Waffe eigentlich hauptsächlich gegen Grineer ist, kann man da nichts dagegen sagen. Weiterhin habe ich dann jetzt noch drin ansteckende Plage, Fieberschlag, Schockberührung, Voltaischer Schlag, einfach damit wir hier das Maximum an Korrosivschaden haben. Wenn wir jetzt nicht auf Korrosiv gehen wollen, sondern auf Strahlungsschaden ersetzen wir jetzt einfach hier Schockberührung, ne, die Giftmods durch die Feuermods, nämlich Schmelzender Einschlag und den Doppelmod da, wo ich gerade den Namen vergessen habe und dann haben wir auch den optimalen Strahlungsbild. Ich persönlich würde euch das hier aber empfehlen mit Korrosiv, weil die richtig bösen Grineers sind auch anfällig gegen Korrosivschaden und so macht ihr den Maximumschaden. Wenn ihr jetzt stattdessen auf ein Gritbild gehen wollt, ersetzt ihr Raserei durch Berserker, Voltaischer Schlag durch den, beziehungsweise Voltaischer Schlag und ansteckende Plage ersetzen wir dann beide durch Gehärteter Stahl und Ausweiter. Dann hätten wir 3,8% Status, 3,8-fachen Multiplikator und eine 32% Grit-Chance. Ist euch überlassen, was ihr bevorzugt, ich persönlich mag das hier mehr, aber es gibt verschiedene Spielweisen und ich zeige euch jetzt noch ein kleines bisschen Gameplay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.